Mädchen auf Hochzeiten, Männer, Partys. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Was steht an eins? Wir stehen an Nummer eins. Man sagt, dass New York für vornehme Mädchen zu begrenzt geworden ist. Da stimme ich zu. Meine Mutter insistiert darauf, dass ich sie nach London einlade. London? London, London? Zu dem Debitantinnenball. Amerikanerinnen. Sie sind alle neureich, ja, und sie sind bestimmt furchtbar. Primitiv also und vulgär und dennoch die Taschen voller Geld. Auf eine neue Welt. Kopf hoch, Schultern zurück. Mutig. Entschuldigt. Entschuldigt. Ich bin Nan. Hey, komm, rüscht aus New York. Eine stürmische Romanze mit einem gutaussehenden englischen Lord? Dir ist das natürlich nicht wichtig, bewundert zu werden. Ich kann mich selbst bewundern, nicht wahr? Sie sind wie Vieh. Das ist recht hart. Ich finde sie schön. Ja, sie sind wunderschön, aber es sind auch Menschen, die lustig und gebildet sind. Normalerweise reden die Mädchen mit mir nicht so offen oder so unbefangen. Dann läufst du hier durch den Garten, ohne zu realisieren, dass dies der Bug ist. So ist das, sind sie, was? Sag mir einen guten Grund, warum du keine Duchess sein kannst. Ich kann unmöglich... Was ist eigentlich eine Duchess? Das ist Guy Throd, mein ältester Freund. Nun, du kennst sie ja. Ja. Sie bewegt sich auf so überraschende Weise. Ist doch so. Ja. Mädchen wird beigebracht, dass eine Geschichte, die keine Liebesgeschichte ist, eine Tragödie ist. Aber wir haben uns. Und was, wenn dies unsere Liebesgeschichte wäre? Was sind sie nur für eine Lady, die ich immer sein wollte. I'm pretty when I cry.